Hallo zusammen, willkommen zu Crypto Gaming und DeFi. Heute schauen wir uns gemeinsam das Spiel World of Defish an. Wir hatten dazu schon mal die Alpha von dem Spiel getestet, jetzt ist das Mainnet live und das Spiel online sozusagen. Springen wir gleich in das Spiel rein. Hier sehen wir die Karte, die Anfangskarte im Prinzip mit den Fishing Spots, wo man fischen gehen kann. Wenn wir hier auf All klicken, sehen wir, alle weißen Punkte sind ein Fishing Spot. Wenn man draufklickt, öffnet sich das Ganze und man bekommt die Informationen. Dann haben wir halt verschiedene Tiers. Tier 5 ist für den Anfang und dann geht es hoch bis Special. Im Prinzip, wenn wir uns angucken bei Tier 5, klicken wir auf die Soap Zone und dann sehen wir Steuern, also der Cut, den der Besitzer bekommt von dem, was wir an Token fischen, sind 10%. Momentan ist eine Person da, die ficht. Wir können 10,5 WOD-Token verdienen und 1,9 an Experience. Experience ist wichtig, einmal für das Gear, für die NFTs, dass die aufgelevelt werden können, aber das ist auch, dass euer Charakter sich auflevelt. Wenn man höhere Levels hat, kann man eben in den Tierstufen nach oben gehen. Wenn wir uns als Beispiel ein Tier 1 angucken, also wir haben hier noch die Übersicht mit der Wahrscheinlichkeit, NFTs zu angeln. Wenn wir uns jetzt als Beispiel ein Tier 1 Spot angucken, dann sehen wir die, ja, man würde dann 17,8 WOD-Token pro Stunde verdienen, aber die Wahrscheinlichkeit, einen NFT zu bekommen, ist halt viel, viel höher im Gegensatz zu den Tier 5 Spots. Gut, ansonsten klickt man sich halt durch die Spots, sucht sich einen guten Spot aus, bei dem man angeln gehen kann. Das heißt, man sollte hier auf eine hohe WOD gucken und dass nicht zu viele Leute da angeln, weil, ja, ansonsten teilt man das Ganze eben mit den Leuten, die da schon sind. Der sieht doch ganz nett aus. Dann klickt man auf Visit, kommt dann zu dieser Übersicht, wo auf der rechten Seite eben die NFTs zu sehen sind, die man selbst besitzt. Dann kann man hier auf Equip Best Items, sodass das Ganze automatisch passiert und auf Start Phishing. Es öffnet sich eine Transaktion. Die Ganze muss man dann noch bestätigen und man geht phischen. Während des ganzen Phishings, also eine Phishing Session, sind 24 Stunden. In der Zeit verlieren die NFTs oder die Items an Durability. Das bedeutet, man verdient weniger. Das heißt, man hat jetzt, oder jetzt hätte ich eine, ja, Verdienst von 100% und in 12 Stunden eben nur noch von 50%. Hier oben kann man jetzt sehen, das sind 5,72 pro Stunde, die ich an BOD verdiene und das wird halt jetzt weniger. Die NFT-Items müssen nach dem Fischen wieder repariert werden. Das Ganze macht man auf der Workbench. Die zu reparieren Items wären dann hier oben zu sehen und hier unten sind dann eben die Consumables, mit denen man die NFTs reparieren kann. Ich habe da jetzt noch 15 Stück für 100% Reparatur und 35 Stück für 75% Reparatur. Eine weitere Option ist in dem Spiel das Crafting. Das heißt, man sieht hier auf der linken Seite die einzelnen Produkte oder NFTs, die man craften kann und mit den Materialien, die benötigt werden, um das Ganze zu craften. Wir suchen uns jetzt den ELO aus und sehen wir hier auf der Seite, was wir an Material benötigen und wenn wir das haben, können wir hier auf Craft klicken. Die Übersicht Material klickt man hier oben auf das Material und sieht dann die einzelnen Materialien, die man in seinen Fishing Sessions schon gefunden hat. Ansonsten haben wir noch den Marktplatz. Wir sind hier jetzt direkt auf Consumables. Die muss man hier kaufen, um seine NFTs wieder zu reparieren. Da gibt es dann einmal die 25%, 75% und 100% Reparatur. Tipp dabei ist, ruhig mal mehrere zu kaufen. Wie man sieht, der Preis ist ja relativ gering und man braucht fünf Stück am Tag. Das heißt, wenn man mehrere kauft, spart man da Transaktionsgebühren für die eigenen NFTs. Wenn man kommen hat, braucht man kommen Reparatur und bei ankommen eben ankommen und so weiter und so weiter. Wie man hier dann auch sieht, die Preise ändern sich. Wenn man bessere Items hat, dann werden auch die Consumables teurer zum Reparieren. Ansonsten kann man hier Material noch kaufen, die Fischboxen, in denen dann halt mehrere NFT-Items sind, zum Angeln gehen. Man kann Zones kaufen, das heißt, man bekommt dann einen kleinen Cut, diese Landzone-Tags von denjenigen, die auf seinem Gebiet angeln. Wenn man Fisch-NFTs gefangen hat, kann man die hier verkaufen, beziehungsweise man kann sie auch kaufen und dann als Köder benutzen. Und wir haben die Items, die man zum Angeln benutzt. Dann geht man hier auf die linke Seite und sucht sich im Prinzip aus, welche Rarität man haben möchte. Und hier unten dann den Typ. Also man braucht auf jeden Fall ein Rod, eine Angelroute, um angeln zu gehen. Ansonsten Line, Reel, Net, Float und Hook, Boot und Byte-Indicator, das ist dann, ja, ich glaube, einen für Fortgeschrittene in dem Ganzen. So eine kleine Übersicht-Investment, um sich so ein komplettes Set zu kaufen, sind ungefähr 1.000 WOD-Token. 1.000 WOD-Token, wenn wir jetzt auf den Preis gehen, sind 6 Dollar. Das heißt, der Anfangsinvestment ist relativ gering. Wie wir aber auch sehen, der Token hat jetzt keine starke Performance seit dem IDO gemacht. Ja, wenn er sich wieder erholt, ist es ein guter Einstiegszeitpunkt. Wenn er so weitergeht, naja, dann weniger. Wobei, wenn wir halt sehen, werden wir 1.000 Token benötigen, um anzufangen zu fischen. Und wir sehen jetzt, dass wir, oder ich, 5 Token verdienen in 24 Stunden oder beziehungsweise pro Stunde. Dann brauchen wir, so, dann verdienen wir im Prinzip ca. 100 Token am Tag, 120. Davon müssen wir 17 bis 20 Token abziehen, um zum Reparieren. Bleiben eben noch ein Gewinn von, um es so einfach zu machen, 100 Token ungefähr. Es sind 10 Tage, um sein ROI wieder reinzubekommen, sein Initial Investment, zumindest in der Anzahl der Token. Ob man dann Gewinn gemacht hat oder nicht, beziehungsweise sein Dollar-Investment, wie er drin hat, ist halt abhängig von dem Preis. Das ist klar. Wenn der weiterfällt, braucht man ein paar mehr Tage. Wenn man das Ganze an einem Tag erwischt, wie heute, wo der Token um 32% hochgegangen ist, dann geht das Ganze schneller. Was man noch bei dem Ganzen abziehen muss, sind natürlich die Transaktionsgebühren. Das heißt, wir müssen einmal anfangen zu fischen, einmal die 5 Items reparieren und einmal aufhören zu fischen. Das heißt, die Transaktionsgebühren werden noch abgezogen von dem Gewinn, den man hat. Das heißt, es bleibt am Ende, glaube ich, nicht wirklich viel übrig, gerade am Anfang. Wenn man dann seine NFTs verbessert hat, in höhere Gewässer angeln kann und so weiter, dann verdient man auch mehr Token. Aber gerade am Anfang bleibt da, glaube ich, nicht viel übrig. So, das ist die Economy. Ich gehe davon aus, mit den ROI von 10 Tagen oder maximal 10 Tagen, dass das auch ein Grund ist, warum hier der Token so weit nach unten gegangen ist, weil gerade am Anfang einfach viele Token verdient werden konnten. Das Ganze wird natürlich auch abnehmen, wenn mehr Leute dazukommen oder eben auch, wenn die NFTs eine größere Utility haben. Vielleicht kommen hier noch Events und so weiter dazu, die auch die Utility vom Token ein bisschen verbessern, so, dass der Preis wieder hoch geht, aber das ist alles noch, ja, ist noch nicht klar. Und bis jetzt nur Ideen oder Hoffnungen, die ich habe, damit eben der Token bessere Performance macht. Ansonsten, das war schon das Spiel. Es ist relativ simpel, relativ einfach. Die Economy ist relativ einfach. Mit den verdienten Token kann man eben, ja, entweder neue Sachen kaufen oder die wieder auf dem Marktplatz verbessern, äh, verkaufen. Anders. Man kann mit den Token auf dem Marktplatz mehr Gear kaufen oder eben besseres Gear, wenn man, um auch an mehreren Punkten angeln zu gehen. Oder man kann seine Token auf dem, ja, einfach verkaufen auf der Börse. Ähm, ja, das war's eigentlich zu World of Defaj. Ähm, schreibt mir mal, ob ihr das Spiel spielt oder was ihr davon haltet. Äh, vielleicht hat auch der ein oder andere noch eine gute Idee, wie man, ähm, sein Einkommen bei dem Spiel verbessern kann. Ähm, ja, wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da. Ansonsten, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!